Pera war der Name eines Stadtteils von Konstantinopel. Er lag nördlich des Goldenen Horns im europäischen Teil der Stadt. Heute ist der Ort Teil des Stadtbezirks Bejoglu von Istanbul. Name Das Wort Pera bedeutet auf Griechisch drüben, was sich auf die Lage gegenüber der Altstadt auf der anderen Seite des Goldenen Horns bezieht. Zur Zeit des Byzantinischen Reiches nannte man das nicht besiedelte Gebiet Perafelder. Der Name Pera als die frühere Bezeichnung von Teilen des heutigen Stadtteils Bejoglu findet sich bis ins 19. Jahrhundert in der Literatur. Etwa bei Calmei, wo für die heutige Fußgängerzone Istikl-Al-Kadési noch die Bezeichnung »Große Pera-Straße« verwendet wird. Was dem französischen Originalnamen Grande Rued Pera und dem osmanischen Kadei Kebi entspricht, Geschichte. Pera wurde im 13. Jahrhundert als genoesische Handelskolonie gegründet. Weithin sichtbares Zentrum ist der Galataturm, der im 14. Jahrhundert von den Genuesern errichtet wurde und Teil des Festungsfalls war. 1273 wurde Pera vom byzantinischen Kaiser Michael VIII. Palaiologos der Republik Genua übergeben. Als Dank für die Unterstützung bei der Rückeroberung Konstantinopels 1261. Pera entwickelte sich zu einer florierenden Handelskolonie. Nach der Eroberung Konstantinopels am 29. Mai 1453 durch die Osmanen musste sich Pera wenige Tage später, am 3. Juni, ebenfalls dem osmanischen Sultan unterwerfen, Entwicklung. Pera war im Osmanischen Reich der am westlichsten geprägte Stadtteil Istanbuls. Wegen der guten Wasserversorgung hatten sich viele Menschen hier angesiedelt. Nach 1492 zogen auch die ausländischen Botschaften hierher. Deren Residenzen eine große Stilvielfalt begründeten, bald folgten auch Krankenhäuser. Die osmanische Regierung unterstützte diese Entwicklung, indem sie Paläste, Schulen und Amtsgebäude errichten ließ. Pera entwickelte sich erst in osmanischer Zeit zu einem Stadtviertel außerhalb des alten Mauerrings um Galata, das ebenfalls hauptsächlich von Italienern bewohnt wurde. Sultan Mahmud II. setzte die Entwicklungen seines Vorgängers Selim III. fort. Während seiner Regierungszeit erstrahlte Pera in neuem Glanz und unterschied sich in Aussehen, Lebensstil und in der Kleidung der Einwohner deutlich vom restlichen Istanbul. Zwischen 1860 und 1864 wurden zwei Friedhöfe und die alte Stadtmauer abgerissen und neue Straßen gebaut. Am 5. Juni 1870 brach in Pera ein Großbrand aus, der mindestens 3000 Häuser zerstörte und den Tod von etwa 1300 Bewohnern verursachte. 1875 wurde die U-Bahn in Betrieb genommen, die Pera mit der Galata-Brücke verbindet. 1913 fuhren die ersten elektrischen Straßenbahnen. Berühmt wurde das Hotel Pera Palast, das 1892 als Unterbringung für die Gäste des Orient Express gebaut wurde und Berühmtheiten wie Agatha Christie, Greta Gabo, Mata Hari, Sarah Bernhard und Mustafa Kemal Atatürk beherbergte. Das traditionsreiche Hotel ist originalgetreu erhalten und wird derzeit restauriert. Söhne und Töchter von Pera. Johann Heinrich Mordmann, deutscher Orientalist und Diplomat.